So, liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Wending-Kanal und das hier ist ein richtig, richtig geiles Teil. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Wir laufen einmal rum, es kostet einen Euro zum Spielen und es spritzt Wasser. Es ist so ein Piratenspiel. Auf der anderen Seite seht ihr jetzt von hinten ein bisschen so die Sachen. Da ist halt einfach Musikbox hinten drinnen, auch wieder von Gun & Fun. Südbayern hier, die haben halt hier einfach riesengroße Geräte reingestellt und es macht richtig Spaß. Es ist eigentlich so ein Interaction-Spiel, wo man halt hier Piraten besiegen muss mit Wasserspritzern. Und man hat halt eigentlich so 30 Sekunden, 60 Sekunden Zeit zu spielen und kriegt immer wieder Uhren, um noch länger zu spielen. Und am Ende kommt halt der Endgegner, wo man halt dann kämpfen muss und so weiter. Auf jeden Fall ziemlich lustig und macht Spaß. Und wenn ihr mal überlegt, euch irgendein Fahrgeschäft oder so in den Laden reinzustellen, dann auf jeden Fall sowas, weil das macht richtig Freude. Und weil es halt einfach auch mit Wasser nochmal Interaction ist und dann schießen und du rennst da durch. Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die Grafik kann zu wünschen übrig sein. Also es ist jetzt nicht gerade die Beste. Es ist ein bisschen auf Minecraft-mäßig, aber für hier reicht es auf jeden Fall. Es leuchtet, es blinkt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Hingucker und kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Abonniert den Kanal für noch mehr Videos. Ciao und tschüss.